Heute möchte ich mit euch über ein Thema sprechen, das einige Welpenbesitzer betrifft, nämlich die Gewöhnung an den Staubsauger. Und insbesondere gibt es Welpen, die vom Staubsauger Angst haben oder möglicherweise ihn attackieren. Falls ihr so einen Hund habt oder ihr sagt, ich habe noch gar nicht mich getraut, den Staubsauger einzuschalten, genau für euch habe ich dieses Video gemacht. Ich werde euch genau erklären, wie ihr euren Hund gut an den Staubsauger gewöhnt, sodass das in Zukunft stressfrei funktioniert. Wann startet man am besten mit dem Staubsaugertraining? Mein Tipp mal, nicht in den ersten Tagen. In den ersten Tagen würde ich mal zum Besen greifen und den Schmutz, wenn es geht, dann wegputzen, wenn der Hund da gar nicht hinsieht. Es kann nämlich auch sein, dass der Hund auf den Besen etwas ängstlich reagiert. Oder ihr putzt die ersten Tage einfach gar nicht. Das ist wahrscheinlich das Entspannendste. Aber langfristig gehört natürlich ein Staubsauger zum Alltag dazu und daran sollte sich ein Hund durchaus gewöhnen. Wichtig ist mal, hier gilt Gewöhnung. Hier lernt ihr so richtig schön, wie man einen Hund an eine Sache richtig gewöhnt. Und hier gilt, ihr startet mit der niedrigsten Intensitätsstufe. Das bedeutet, wir wollen langfristig einen Hund, der den Staubsauger im besten Fall einfach ignoriert. Der soll ihm total egal sein. Und das erreichen wir dadurch, dass wir warten, dass der Hund entspannt ist, wenn der gut drauf ist. Dadurch, dass wir den Staubsauger so leise und so unspektakulär wie möglich einschalten. Das macht ihr am besten, wenn der Hund cool drauf ist, im Nebenzimmer auf leisester Stufe. Also wartet mal darauf, dass der Hund cool drauf ist. Ihr könnt das Ganze gerne auch positiv verknüpfen, beispielsweise mit einer Knabberstange oder ihr füllt eurem Hund einen Kong, sodass der Hund hier beschäftigt ist und sich wohlfühlt. Und dann schaltet ihr ganz leise den Staubsauger im Nebenzimmer ein. Am besten seid ihr zu zweit, sodass einer beim Hund ist und schauen kann, wie geht es dem Hund dabei. Wenn der Hund dabei entspannt bleibt, wunderbar. Dann lasst ihr einfach den Staubsauger eine Zeit lang eingeschaltet und schaltet ihn einfach wieder aus. Da habt ihr dann schon den ersten Schritt geschafft, um den Hund an den Staubsauger zu gewöhnen, nämlich an das Geräusch zumindest. Wenn das gut funktioniert, könnt ihr das gerne wiederholen und jeden Tag etwas lauter schalten. Also ich würde das wirklich als ein mehrtägiges Projekt sehen und ihr schaltet einfach jeden Tag den Staubsauger etwas lauter, bis euer Hund total entspannt ist, während da im Nebenzimmer der Staubsauger läuft. Ja, jetzt könnt ihr natürlich schon eure Wohnung so weit putzen, dass ihr jeweils, wenn der Hund im anderen Zimmer ist, zumindest dort saugt. Als nächstes ist natürlich jetzt wichtig, dass der Hund den Staubsauger tatsächlich auch sieht, denn das ist das Schwierigste für die meisten Hunde. Zum einen kann es dazu führen, dass der Hund eine gewisse Art von Jagdverhalten gegenüber diesem Staubsauger zeigt, also das wie eine Beute sieht oder Angst zeigt oder eben auf jeden Fall sich nicht so wohl fühlt, wenn ihr den Staubsauger einschaltet. Das heißt, der nächste Schritt ist mal, der Hund soll sich an den Anblick des Staubsaugers gewöhnen. Nehmt einfach den Staubsauger und stellt den in ein Zimmer ab, sodass der Hund diesen Staubsauger kennenlernen kann. Ich würde da gar keine große Sache draus machen, der steht einfach rum. Es kann sein, dass euer Hund am Anfang sagt, das ist aber ein komisches Ding. Falls ihr einen sehr sensiblen Hund habt, wartet da lieber noch ein paar Tage. Es ist normal, dass Hunde vielleicht am Anfang etwas nervöser sind, aber bei den meisten Hunden könnt ihr einfach nach ein paar Tagen den Staubsauger hinstellen und der Hund lernt einfach mal dieses Staubsaugerding kennen. Hier muss man natürlich so ein bisschen schauen, was für ein Modell ihr habt. Es gibt ja welche mit einem mit einem Kabel dran oder einfach nur ein Kompaktmodell. Jedenfalls ist der nächste Schritt, dass ihr diesen Staubsauger nun einschaltet. Wichtig ist, der Staubsauger liegt erst mal da, der Hund ist entspannt und im besten Fall hat der Hund etwas Distanz zu diesem Objekt. Also beispielsweise liegt er auf der Couch und hat dort eine Knabberstange oder ist in seiner Box, die auf jeden Fall so weit weg wie möglich ist. Und das Ding wird im anderen Eck des Zimmers leise eingeschalten. Und da ist wichtig, dass ihr darauf achtet, wie reagiert euer Hund auf den Staubsauger. Es kann gut sein, dass der erst mal schaut und sagt, Mensch ist das aber komisch. Dann wartet ihr einfach ab. Dann wartet ihr einfach, bis der Hund ruhiger ist. Vielleicht geht er mal hin, schaut sich das an. Vielleicht geht er auch wieder zu seiner Knabberstange und entspannt sich. Je nach Hund kann das länger oder kürzer dauern. Wichtig ist aber hierbei wirklich darauf zu achten, dass der Hund diesen Schritt als entspannt und langweilig schlussendlich wahrnimmt. Mit der Zeit schaltet ihr den Staubsauger einfach wieder aus und dann könnt ihr das Ganze wieder wiederholen. Auch dieser Schritt kann durchaus einige Tage dauern, je nachdem wie euer Hund sich verhält. Wichtig aber bitte nicht zu schnell vorangehen. Habt noch Geduld. Wenn euer Hund sich nun an dieses Objekt gewöhnt hat und das erkennt ihr daran, dass euer Hund vielleicht kurz mal schaut und dann sich wieder dem Alltag widmet, seiner Knabberstange oder vielleicht sogar sich hinlegt und schläft. Wenn das gut funktioniert, könnt ihr nun anfangen, den Staubsauger etwas lauter zu drehen, sodass der Hund sich daran gewöhnt, dass das auch manchmal etwas lauter ist. Zusätzlich könnt ihr natürlich auch immer wieder dem Hund Leckerchen geben an dieser Stelle, wo er liegt, dass er lernt, das ist aber toll, wenn da der Staubsauger kommt, kriege ich hier tolle Leckerchen. So und dann habt ihr eigentlich schon die halbe Miete, nämlich der Hund hat sich an das Geräusch des Staubsaugers gewöhnt. Jetzt kommt der letzte Schritt, nämlich der Hund muss sich daran gewöhnen, dass sich dieses Ding auch bewegt und das ist meiner Erfahrung nach das Schwierigste, weil das ist einfach interessant, wenn sich da was am Boden bewegt. Das ist vielleicht sogar ein lustiges Spiel. Ihr werdet vielleicht bemerkt haben, dass viele Hunde sogar auf einen Besen mit Spielen reagieren. Das heißt, für den ersten Schritt werdet ihr den Staubsauger wieder ausgeschaltet lassen und ihn nur am Boden bewegen. Hierfür empfehle ich euch, dass ihr vielleicht zu zweit arbeitet, das heißt, jemand ist beim Hund und gibt dem Hund während ihr mit dem Staubsauger hin und her fahrt tolle Leckerchen oder eine Knabberstange oder eine Schlecktube. Auf jeden Fall sollte der Hund eben lernen, ich gehe nicht darüber, sondern bleibe dort an dieser Stelle liegen. Falls ihr sagt, ihr seid alleine, ihr könnt nicht mit jemand anderem arbeiten, habt ihr tolle Leckerchen, die ihr eurem Hund beispielsweise auf seinem Platz gebt, sodass euer Hund lernt, dort kriege ich ganz besonders tolle Leckerchen. Da könnt ihr richtig gute Leckerchen verwenden, also gerne Stufe 3 Leckerchen, sodass ihr hier inzwischen den langweiligen Staubsauger hin und her bewegt. Auch diesen Schritt wiederholt gerne ein paar Mal, bis euer Hund wirklich total cool bleibt, während ihr dort saugt. Äh, saugt. Also das Ganze ist natürlich noch keine Reinigung. Und wenn das gut geht, könnt ihr das nun verbinden. Ich würde immer empfehlen, dass ihr eurem Hund eine Knabberstange gebt. Ihr schaltet den Staubsauger erstmal ein, wartet darauf, bis der Hund entspannt ist. Es kann ja sein, dass er beim Einschalten immer ein bisschen interessiert schaut. Und dann fangt ihr an, den Staubsauger auf niedrigster Stufe langsam durch den Raum zu bewegen. Auch hier würde ich darauf achten, dass ihr das eher langsam macht, denn wenn man das schnell macht, finden das die Hunde meistens aufregender. Und natürlich langfristig könnt ihr den Staubsauger immer lauter drehen und vielleicht irgendwann auch immer schneller bewegen. Wichtig ist mir aber, das ist mitunter ein langwierigerer Prozess. Das heißt, das kann durchaus sein, dass das Wochen dauert, bis euer Hund wirklich sagt, mir doch egal, wenn die Alte da saugt. Ich würde da nicht ungeduldig werden. Wichtig ist nur, dass ihr Schritt für Schritt euren Hund daran gewöhnt. Bei manchen Hunden kann es auch sein, dass ihr mit der Zeit zumindest mal im Nebenzimmer saugen könnt. Das ist ja auch schon mal praktisch im Alltag. Und so kann man zumindest den Alltag etwas meistern. Bitte hier nicht zu schnell ungeduldig werden. Denkt daran, der Hund hat so viel zu verarbeiten, da ist der Staubsauger wirklich nicht so leicht, wenn da zu schnell vorgegangen wird. Wenn ihr gar nicht weiterkommt und der Hund wirklich sensibel auf diesen Staubsauger reagiert, würde ich empfehlen, dass ihr mal ein paar Wochen wartet. Meistens, wenn der Hund sich etwas besser eingewöhnt hat und auch schon sicherer ist, funktioniert auch das Staubsaugertraining wesentlich besser. Und falls ihr natürlich überhaupt nicht weiterkommt, empfehle ich euch da natürlich professionelle Hilfe zu holen. Was hier noch ein Tipp von mir ist, probiert durchaus verschiedene Modelle aus. Also ich habe einige Hunde erlebt, die zum Beispiel mit diesen elektrischen Staubsaugern überhaupt keine Probleme hatten oder nur mit diesen Handstaubsaugern und mit dem Schlauch überhaupt nicht. Also manche Hunde reagieren da auch auf verschiedene Staubsaugertypen verschieden. Also da könnt ihr natürlich auch das Training euch immens erleichtern. Ja, ich hoffe, ich konnte euch helfen, falls ihr mit diesem Thema zu kämpfen habt. Und für all jene, die noch keinen Welpen haben oder die den Welpen gerade frisch bekommen haben, habt ihr nun eine Anleitung, wie das geht. Ich wünsche euch wie immer ganz viel Spaß bei der Umsetzung und viel Erfolg. Bis zum nächsten Mal.